Antenne Mit dem Montermacher Chrissi Klug, Thomas Seidel, Thomas Axmann mit Kata in unserem Antenne-Garten. Und Kata ist Hup-Artistin, Hup-Trainerin, hat aber nichts mit dem Hupen im Auto zu tun, sondern Hula-Hup-Reifen. Was machst du, was bist du, was machst du? Ich bin Hula-Hup-Fitness-Trainerin und Hup-Dance-Artistin. Das heißt, ich mache Schwarzlicht- und UV-Shows mit Hula-Hups und auch Feuershows. Also Hup-Dance ist Tanzen mit dem Hula-Hup-Reifen, bei dem ein effizientes Ganzkörpertraining mit Spiel, Spaß und Jean-Glaje zu einem effizienten Training vereint wird. Spiel und Spaß geraten dich, wenn wir uns dabei tun. Ich sage, wir machen jetzt einmal. Ja, wir probieren es einfach jetzt einmal aus. Also Kata, was kommt jetzt an? Also ich denke mir jetzt, je fester ich antrebe beim Hula-Hup-Reifen, desto länger dauert es. Also ich werde aufpassen, mich zu fest anzutreiben, weil was dir passieren kann, ist, dass der Hup nach oben springt in der Gesicht. Ja, okay, dann probiere ich es nicht. Das heißt, wir spielen um den Bauch ist am leichtesten, man stellt ein Bein nach vorne, alles zurück. Egal welches? Ganz egal für den Anfang. Dann den Hup hinten anlegen, der braucht Körperkontakt. Dann locker losschupfen und sofort in eine Vorwärts-Rückwärts-Reifen. Ja, ich probiere es noch einmal, weil ich bin hinten antuscht, aber... Wenn ihr steht, stellt wirklich ein Bein nach vorne, eines nach hinten, dann habt ihr einen stabilen Stand. Und dann könnt ihr richtig gut nach vorn und zurückschieben. Und wie schaffe ich das jetzt auch nicht runter? Rutscht. Das schaut sehr lustig aus, Axi. Was auch schwierig ist, ist, wenn man zum Beispiel Würkenwohnen hat oder ein weites Gewand, so was wie der Jax. Schau, 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 schau. Ja, super. Perfekt. Axi. Da fährt immer runter, das ist ja gemeint. Bitte auf mich drauf halten, geh, ich bin gerade voll drin. Ich bin gerade voll drin. Und jetzt? Ja, schau, 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 schau. Wir haben das Schwerfall. Die zweite Möglichkeit ist, die Beine hüftbreit hinzustellen und von rechts nach links zu bänden. Uh, ich probiere die zweite Variante. Genau. Ich bin immer noch bei der ersten, übrigens, geh, sag, schau. Okay, nein, nein, nein. Ich habe die so locker aus. In der vierten Super-Löwung. Ja, zehn Jahre. Fünf Stunden später. Schau, der denn seid ihr. Ja, super. Aber der Tipp, ohne Witz, der Tipp nicht im Kreis, sondern geradeaus, das ist der wichtigste. Danke. Du machst nur vor, zurück und nicht im Kreis. Es ist weder Rücknetz oder seitlich pendeln. Na, jetzt habe ich auch einmal auf dein seitlich pendeln geschaut und ich war komplett raus. Und du verbringst zwischen 600 bis 800 Kalorien pro Stunde. Super. Danke fürs Zeigen. Schönen Nachmittag. Alles Liebe. Katha, du könntest uns ja, wenn du zum Abschluss einmal ein bisschen, oder du gesagt hast, du bist Artistin, Dator, kannst du ein bisschen was zeigen? Auch wenn du es auch gemacht hast, hast du gesagt, dass du das einfach nicht mehr dran bist. Der fühlt euch. Hey! 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 Ich bin übrigens auch gekannt, es war kein einziges Mal um die Hüfte, sondern nur in der Hand. Ja genau, sicher.